Hallo und herzlich willkommen in der Linken-Siedlung. Ich präsentiere Ihnen jetzt heute hier unsere familienfreundliche Siedlung. Diese verfügt über einen verkehrsberuhigten Bereich und hinter jedem Haus wird ein kleiner Spielplatz errichtet. Ein besonderes Highlight dieser Linken-Siedlung sind hier unsere Elektrofahrzeuge. Diese Elektrofahrzeuge kann jeder Mieter 16 Stunden im Monat kostenfrei mieten. Und nun begleiten Sie mich in Ihr neues Zuhause. Hier befinden wir uns jetzt in der lichtdurchfluteten Vier-Zimmer-Wohnung. Diese hat 112 Quadratmeter und ist im amerikanischen Stil geschnitten. Das heißt, wir kommen direkt vom Hausflur in den großen Wohn- und Essbereich. Hier können Sie noch einmal den Essbereich sehen und anschließend die offene Küche. Diese verfügt schon über alle Einbauschränke. Lediglich nur noch die Elektrogeräte müssen mitgebracht werden. Angrenzend an den großen Wohn- und Essbereich befindet sich hier gleich das große Bad. Dieses verfügt über Tageslicht und eine Badewanne. Außerdem sind hier alle Einbauschränke im Bad schon vorhanden. Hier befinden wir uns in dem zweiten Zimmer. Dieses kann als Büro oder als Kinderzimmer verwendet werden. Außerdem hier als Highlight sieht man unseren großen Einbauschrank. Dieser ist sehr geräumig und in jedem anderen Zimmer auch zu finden. Wir befinden uns nun in unserem dritten Zimmer. Dieses kann als großes Elternschlafzimmer verwendet werden. Anschließend an dieses Schlafzimmer befindet sich hier noch ein Tageslichtbad mit Dusche. Direkt nebendran befindet sich noch ein Wirtschaftsraum, der zum Aufstellen von Waschmaschinen oder welche Trocknern geeignet ist. Hier befindet sich unser letzter Raum. Dieser kann als Arbeitszimmer oder ebenfalls als Kinderzimmer benutzt werden. Untertitelung des ZDF, 2020